VR-Brillen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan davon und hier haben wir mal ein paar. Und zwar die Meta Quest 2. Ich habe es mir gerade gekauft von Amazon Frankreich. Und ja, guter Preis, muss ich jetzt sagen. 298 Euro inklusive allem. War nach zwei Tagen hier in Dortmund. Also das passt. Ich werde das Ganze unboxen und mal vergleichen, wie sieht das denn aus nach dem Rebranding. Vorher hieß es ja Oculus Quest 2. Jetzt heißt es Meta Quest 2. Was hat sich geändert? Und hier, das ist die Pico Neo 3 Link. Ihr habt sie hier auf dem Kanal schon gesehen. Und ja, das ist das Konkurrenzprodukt von Pico. Ist jetzt hier in Deutschland auch auf dem Markt. Und da wollen wir doch einfach mal ein bisschen vergleichen. Wie sieht es aus mit den beiden Headsets? Was gibt es da für Unterschiede? Also, das könnte ein wirklich spannendes Video werden. Bleibt dran. Schaut das ganze Video. Denn genau damit geht es jetzt los. Willkommen zurück hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr genauso fasziniert seid wie ich von Verpackungen mit VR-Headsets drin, dann seid ihr hier genau richtig. Abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und wir gehen sofort zum Unboxing der Quest 2 über hier. Das größte Ärgernis sofort am Anfang. Facebook-Account wird immer noch benötigt bei der Meta Quest 2. Und das, obwohl sie letztes Jahr versprochen hatten, dass dieses Jahr alles anders wird. Ich hoffe, das kommt noch. Aber Stand jetzt braucht ihr immer noch einen Facebook-Account. Hier, der direkte Vergleich mit der alten Verpackung, wo es noch das Oculus-Branding gab. Keine großen Unterschiede. Ich muss sagen, ich glaube immer noch, das war ein Fehler, das Oculus-Branding wegzugeben. Das ist nämlich ein tolles Branding gewesen. Eine super starke VR-Marke. Naja, naja. Schade. Ja, dann mal raus hier aus der Umverpackung. Meta Quest 2. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kommen wir gleich zum Gerät. Hier ist es in seiner ganzen Pracht. Das ist die Meta Quest 2. Und ja, es ist schon ein tolles Headset. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Das wisst ihr auch selber. Und ja, ganz einfach in der Bedienung. Und wir schauen erstmal jetzt, was hier in der Box drin ist. Was zum Lesen, was keiner liest. Dann hier einmal ein Netzstecker und ein zu kurzes Kabel, wo ihr dann noch definitiv ein anderes Kabel für Link braucht. Hier, das ist das neue Branding. Die Brezel, die Meta-Brezel. Ansonsten hat sich nichts geändert. Der Oculus Touch Controller ist immer noch genauso gut verarbeitet und liegt meiner Meinung nach auch total gut in der Hand. Ich bin ein Fan von diesen Controllern. Wirklich schöne Verarbeitung und ja, richtig, richtig gut. Dann hier die Quest 2. Das Hauptgerät. Hier ist der Brillenspace auch dabei. Und jetzt schauen wir uns das Gerät mal an. Neu, was vorher nicht dabei war, ist ein Silikon-Cover. Genau. Das mussten sie dabei legen, denn das Original-Facepadding hat bei einigen Leuten allergische Reaktionen ausgelöst. Schade. Ah, die Schutzfolie. Die muss natürlich weg. Hört es euch an. Der wichtigste Teil eines jeden VR-Headsets-Unboxings. Und das sind die Linsen. Ja, hier auch das neue Meta-Branding vorne drauf. Die blaue Brezel. Und wir packen das Gerät mal weiter aus. Wir haben hier dieses Soft-Strap dabei. Und da werde ich auch mal nachher mal das Ganze mal direkt aufsetzen und mal schauen, wie bequem das ist. Ja, unten haben wir hier Lautstärkeregler und Mikrofone. Dann an der Seite haben wir einen Ausschalter und LED. Dann oben haben wir nicht wirklich viel. Vorne haben wir die vier Kameras, die fürs Tracking des Headsets und der Controller zuständig sind. Dann auf der Seite haben wir hier den USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss. Ja, vorne ganz klar die Linsen. Und wir haben hier drei verschiedene Positionen fürs IPD, für das Interpupillary Distance, für euren Augenabstand. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mal aufsetzen und testen. Ich habe wieder eine Quest. Diesmal eine Meta-Quest 2. Vorher hatte ich ja die Oculus Quest 2. Die wurde mir gestohlen, wie ihr wisst. Und ja, gut. Jetzt habe ich wieder eine. Wieder aus Frankreich. Und es ist kein Problem, sie von Frankreich zu bestellen. 298 Euro. Finde ich echt ein guter Preis. Es kann sein, dass die momentan vielleicht weniger Mehrwertsteuer berechnen oder was da los ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 298 Euro ist schon echt ein guter Preis. Das kann man mal machen. Das ist die 128 GB Version. Und so sieht das Ganze halt aus. Ist halt kein schöner Strap dabei. Nur dieser Stoff-Strap. Und ich setze das jetzt mal auf. Denn das ist es, was ich immer mache bei diesen Unboxings. Genau. Jetzt zum ersten Mal hier mit diesem Silikon-Cover. Das war damals noch nicht dabei. Und das mussten sie machen, weil einige Leute allergisch regelt haben auf das Original-Stoffteil. Ja gut. Jetzt setze ich es mal auf. Und ich berichte euch davon, wie es sich anfühlt. Ja, okay. Ja, Quest 2. Genau. Ich kenne das natürlich, das Gerät. Aber ich bin jetzt natürlich schon an die Pico Neo 3 Link gewöhnt, weil ich die jetzt seit ein paar Wochen benutze. Und ich schon lange die Quest 2 nicht mehr aufhatte. Und als ich die Quest 2 aufhatte, halt normalerweise mit dem Elite-Strap oder mit dem anderen Strap, was ich da normalerweise benutzt hatte, das Bobo VR-Strap. Also das ist jetzt was Neues. Ja, wie ist es so? Also ich muss sagen, ich finde es gar nicht schlecht. Auch mit diesem Strap nicht. Hatte ich euch schon damals berichtet. Ich finde das Strap gar nicht mal so schlecht. Ja, gerade wenn man sich vielleicht mal hinlegen möchte, dann kann man das tun und im Liegen irgendwie was gucken oder was. Also ich finde es echt nicht so schlecht. Klar, ist ein bisschen vorderlastig das Ganze. Und das wird besser, wenn man sich so ein Elite-Strap kauft. Aber die sind natürlich auch ein bisschen teuer. Und ja, also ich muss sagen, es geht. Ich habe nicht diesen Hass auf dieses Strap wie viele andere. Ich finde es echt in Ordnung und kann man mal machen. Gerade wenn man irgendwie unterwegs ist. Ist ein kleines, schönes Paket. Ist okay. Aber natürlich, es ist ein bisschen vorderlastig, weil es eben nicht dieses Gegengewicht gibt, wie bei Elite-Strap oder anderen. Und das geht. Silikon-Cover, ja, auch das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich finde zwar das Original besser, also wenn man das Silikon-Cover wegnehmt. Aber ja, wenn man vielleicht mal schwitzt oder so, kann man es dann auch schnell reinigen. Also ich finde es echt nicht so schlimm. Ne, nur klar, wenn man halt länger spielt, dann ist es schon ein bisschen vorderlastig. Und eben auch nur zwei Stunden. Deswegen so ein Batterie-Cover, nee, so ein Batterie-Headstrap, das macht auf jeden Fall Sinn. Und das Bobo VR M2, ne, mit der Batterie, das finde ich richtig toll, kann ich euch empfehlen. Verlinke ich euch mal hier mein Review dazu. Und das ist echt gut und sollte man dazu kaufen. Kostet, glaube ich, 60 Euro. Ne, das macht dann echt Sinn, dann zusammen 360 Euro ist immer noch ein guter Preis für das, was man hier bekommt, ne. Nur leider immer noch mit Facebook-Zwang. Sie hatten ja gesagt, letztes Jahr, okay, in 2022, da schaffen wir das ab. Aber bis jetzt, bis Juni 2022, haben sie es immer noch nicht geschafft, diesen Facebook-Zwang abzuschaffen. Und deswegen muss ich euch auch sagen, auch für diesen tollen Preis von 300 Euro, wer damit nicht einverstanden ist, dass ihr da gezwungen werdet, mit Facebook euch zu verbinden und dann, ja, viele Daten von euch an Facebook zu geben, deswegen ist das Gerät so günstig, ne, das ist leider immer noch nicht gefixt, das Problem. Und deswegen für Leute, die da auf ihre Daten aufpassen wollen, das sollte man tun, kann ich euch das Gerät immer noch nicht empfehlen. Aber zum Glück gibt es ja inzwischen jetzt mit der Pico Neo 3 Link dann schon eine schöne Alternative. Also das muss ich echt immer noch mal dabei sagen, wenn sie es fixen sollten, werde ich es euch auch sagen und dann werde ich das Gerät komplett empfehlen können, aber jetzt immer noch leider mit diesem Warnhinweis. Ja, aber ist doch gut, dass wir jetzt auch hier in Deutschland eine Alternative haben, die auch hier in Deutschland verfügbar ist, von Bestware Pico Neo 3 Link gleich den AB-Vergleich. Jo, die Controller sind super, absolut fantastisch, mir gefallen sie richtig gut. Also habe ich wirklich nichts gegen einzuwenden, total gut, liegen gut in der Hand, haben eine super lange Batterielaufzeit, haben kapazitive Touch-Buttons, das heißt, das Headset weiß, ob ihr eure Daumen hier drauf habt und wo die genau sind. Und ja, also die Referenz im VR-Bereich, diese Controller. So, jetzt wollen wir aber mal den AB-Vergleich mit der Pico Neo 3 Link wagen. Und es geht mal sofort los mit den Controllern. Auf der linken Seite Oculus Touch von der Quest 2 und rechts die Pico Neo 3 Link Controller. Ihr seht sofort den Unterschied, ja, der Griff, der ist etwas länger bei der Pico Neo 3 Link, bei den Controllern. Und das ist gut für Leute mit wirklich großen Händen. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität, da hat die Quest 2 die Nase vorn, die Controller. Nicht bei den Buttons, die fühlen sich genau gleich an und auch vom Druckpunkt alles gleich. Auch hier Thumbstick fühlt sich alles gleich an und auch die Buttons hier fühlen sich genau gleich an. Das heißt, wenn man in VR ist und dann die Controller in der Hand hält, da gibt es keine großen Unterschiede. Und auch die Rumble-Funktion ist bei beiden gut. Und wesentlich besser, auch bei der Pico Neo 3 Link, als zum Beispiel bei der Reverb G2, da tut sich nicht viel. Aber im direkten AB-Vergleich fühlt sich der Quest 2 Controller einfach wertiger an. Das Plastik fühlt sich irgendwie besser an und das ist auch nicht so dünn vom Plastik her, zum Beispiel das Batteriefach. Also da gibt es schon Unterschiede. Dann hat der Quest Controller nur eine Batterie und achtet mal hier auf die Marke der Batterie. Denn ihr werdet gleich feststellen, dass die Pico Neo 3 Link Controller genau dieselben Batterien benutzen. Das heißt, ja, das kommt einfach alles aus derselben Firma. Das kommt alles von Gertec und das ist schon interessant. Guckt mal hier, genau dieselbe Marke, nur ich halte zwei Batterien hier bei den Pico Neo 3 Link Controller. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das Tracking ist übrigens bei beiden Headsets gleich gut. So, jetzt aber auf der linken Seite die Quest 2 und auf der rechten Seite die Pico Neo 3 Link. Und wer jetzt sagt, hey, die Pico Neo 3 Link, das ist ja nur eine Kopie von der Quest 2, das stimmt einfach nicht. Pico hat eine lange Geschichte von Standalone Headsets. Davor gab es eine. Es gab schon ein Standalone Headsets zu Quest 1 Zeiten. Und schon zu Go-Zeiten hatten die ein Standalone Headset am Start. Sie haben nur halt den Konsumentenmarkt dann verlassen. Deswegen kennen viele die Firma noch nicht. Ja, dann der große Unterschied. Bei der Pico Neo 3 Link ist sofort schon ein Elite-Strap dabei mit Batterie hinten. Fühlt sich deswegen viel ausbalancierter an und nicht so frontlastig wie die Quest 2. Da hat auf jeden Fall die Pico Neo 3 Link die Nase vorn. Von vorne sieht man, beide haben diese vier Kameras. Interessanterweise finde ich, dass hier diese Ausbuchtungen etwas größer sind. Also man könnte annehmen, dass das Tracking-Volumen da noch ein bisschen größer sogar ist. Und das Tracking-Volumen ist auch wirklich toll bei der Pico Neo 3 Link. Wie gesagt, Tracking finde ich gleich gut bei beiden Headsets. Und das ist schon echt mal eine Ansage. Hier vorne hat man so eine Lüftungsschacht, den gibt es bei der Quest 2 nicht. Auf jeden Fall ein Vorschlag der Quest 2, aber der ist zum Glück nicht so laut bei der Pico Neo 3 Link. Ja, dann vorne USB-C zum Aufladen. Und hier, das ist der große Unterschied. Es gibt noch einen Port bei der Pico Neo 3 Link, den es bei der Quest 2 nicht gibt. Hier Display-Port-Ausgang. Das macht das Gerät dann eben zu einem vollwertigen PC-VR-Headset, zu einem nativen PC-VR-Headset, wo das Signal eben nicht komprimiert wird. Und deswegen hat das Bild dann einfach eine höhere Qualität bei der Pico Neo 3 Link, wenn ihr den PC-VR-Monus benutzt. Ja, dann hier USB-C bei der Quest 2 und da hat man eben keinen Display-Port-Ausgang. Hier hat man noch ein paar Buttons bei der Pico Neo 3 Link und die hat man dann bei der Quest 2 nicht. Gut gelöst bei der Quest 2 ist das mit dem Headstrap. Das kann man abnehmen und dann kann man ein anderes Headstrap dran machen. Und es gibt super gute Headstraps auf dem Markt. Das geht bei der Pico Neo 3 Link nicht. Da muss man bei diesem Headstrap bleiben, was dabei ist. Aber, gute Neuigkeiten, das Headstrap ist gut, hinten mit der Batterie dran. Und da braucht man jetzt nicht unbedingt ein anderes. Das passt also. Das Face-Padding kann man bei beiden abnehmen. Habe ich hier mal gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal hier die IPD-Einstellung. Auch drei Stufen bei der Pico Neo 3 Link. Ganz genau so wie bei der Quest 2. Und das funktioniert bei beiden Headsets gut. Ein großer Unterschied ist, wie gut Brillen tragbar sind im Gerät. Bei der Pico Neo 3 Link überhaupt kein Problem, wie ihr seht. Meine Brille passt ohne Probleme rein. Bei der Quest 2 geht das gar nicht, absolut nicht. Die i-Box ist einfach zu klein. Und ja, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Denn viele von uns sind Brillenträger. Und das ist auf jeden Fall mit der Pico Neo 3 Link sehr schön, dass man einfach die Brille im Headset tragen kann. Das sind sie also. Die beiden Headsets, die momentan wirklich in aller Munde sind und schon länger natürlich die Quest 2 und jetzt die Pico Neo 3 Link bei uns in Deutschland erhältlich. Die Quest 2 nicht wirklich, aber man kann sie halt einfach aus Frankreich bestellen, so wie ich es gemacht habe. Ja, der direkte Vergleich. Ja, ich habe es euch gerade schon erzählt. Die Controller, ja, ich finde einfach die Oculus Controller, ne, die Meta Controller, sorry, die Meta Quest 2 Controller gefallen mir einfach besser. Ja, also von der ganzen Verarbeitungsqualität, wie die aussehen, die fühlen sich auch super an, richtig toll. Die Controller der Pico Neo 3 Link, die sind auch okay, ja, das sieht nicht so gut verarbeitet aus, aber wenn man in VR drin ist, dann spürt man den Unterschied nicht. Ja, und dann ist es auch schön, dass der Griff hier ein bisschen länger ist für Leute mit großen Händen. Also die sind auch gut. Und von den Buttons und von den Controllern, da tut sich nicht viel. Das fühlt sich gleich an, ne, ist also wirklich beides gut. Aber Oculus Touch sieht einfach ein bisschen schöner aus und, das gibt es hier nicht, kapazitive Touch-Buttons. Für die meisten Spiele macht es keinen Unterschied, aber es gibt natürlich schon Spiele, wo es schon einen kleinen Unterschied macht. Zum Beispiel VRChat. Ich weiß, dass VRChat-Spieler diese kapazitiven Touch-Buttons gut finden, weil dann hat man eben noch mehr Input und dann sieht man eben vielleicht noch ein bisschen mehr von den Händen, die sich irgendwie anders bewegen oder was. Also, das ist schon für einige Leute von euch ein Vorteil. Mir ist es egal. Ich bin kein VRChat-Spieler und ja, da ist das hier vollkommen in Ordnung und auch schön. Aber im direkten Vergleich doch, Oculus Touch hat da einen Vorteil. So, die Headset-Hardware, die VR-Brille, da muss ich wirklich sagen, hat die Pico Neo 3 Link schon auf jeden Fall Vorteile. Erstmal, das ist einfach besser hier mit dem Elite-Strap, was schon sofort dabei ist. Dann kann man es hier super schön hochklappen. Der Winkel ist viel besser als hier bei der Quest 2. Man kommt dann super schön ins Headset rein. Und, auch ganz klar, für Brillenträger ist die Pico Neo 3 Link einfach besser. Ich habe es euch gerade schon gezeigt, aber nochmal hier, ich komme hier ohne Probleme mit meiner Brille in die Neo 3 Link rein. Das geht bei der Quest also absolut nicht. Da ist einfach, nee, da ist die iBox einfach wesentlich kleiner hier als bei der Pico Neo 3 Link. Und, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil ich weiß, viele Leute tragen einfach Brillen. Es ist einfach so, ne, das ist besser. Auch hier dieses Material, der Stoff, der Stoff hier gefällt mir persönlich besser als jetzt hier dieses Silikon-Cover. Aber auch, wenn man das Silikon-Cover abnimmt, dann ist das ja auch so ein Stoff. Aber es ist hier einfach billiger. Das ist einfach nicht so hochwertig wie bei der Pico Neo 3 Link. Aber natürlich kann man sich da auch dann von VR-Cover zum Beispiel andere Facepads kaufen, kostet 30 Euro. Aber wieder 30 Euro, die man noch extra draufzahlen muss, ne. Und das ist hier einfach schon da. Aber man kann es auf jeden Fall modden und viele von euch modden auch die Quest 2. Dann passt das auch wieder. Trotzdem, ne, das, ja, das Strap hier, das ist okay. Aber natürlich, das ist hier auf jeden Fall besser. Das ist viel, ja, ausbalancierter hier bei der Pico Neo 3 Link. Und man hatte eben schon ein Batterie-Paket dabei. Das hier, das geht drei Stunden lang ungefähr. Und hier hat man nur zwei Stunden. Da muss man auf jeden Fall noch einen Batterie-Elite-Strap dazukaufen. Dann bei der Quest 2. Und das kostet auch nochmal vielleicht 60 Euro. Ich kann da hier dieses Bobo VR M2 Pro euch empfehlen. Kostet ungefähr 60 Euro und dann ist alles in Ordnung. Aber ist eben auch nochmal etwas, was man dann dazukaufen muss. Und was hier bei der Pico Neo 3 Link halt schon automatisch dabei ist. Dann, das ist auch einfach besser. Hier hat man halt noch die Möglichkeit, dann dieses Display-Port-Kabel anzuschließen, was schon dabei ist beim Preis von 449 Euro. Und das hat man eben bei der Quest nicht. Da kann man das Link-Kabel benutzen. Das ist ein USB-Kabel. Und da ist das Bild einfach nicht so gut wie bei der Pico Neo 3 Link. Hier hat man eben das Display-Port-Signal, also das reine Video-Signal. Unkomprimiert wird es hier hingeschickt zur Pico Neo 3 Link. Und hier bei der Quest 2 wird das Bild erst noch komprimiert, dann über USB gesendet oder über WiFi. Und dann wird es dekomprimiert und dann sieht man halt Artefakte. Und das Ganze ist nicht so performant wie die Pico Neo 3 Link. Ich bekomme hier mit meiner 3080 bei Microsoft Flight Simulator bis zu 60 Frames pro Sekunde. Das schafft die Quest 2 nicht. Und es sieht sogar noch besser hier aus. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil der Pico Neo 3 Link. Ja, das ist also von der Hardware her definitiv besser. Kann man nicht anders sagen. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Pico. Und ich muss auch sagen, die Pico Neo 3 Link ist bei mir so gerade dabei, meine Reverb G2 zu ersetzen. So ja, okay, das Bild sieht vielleicht noch ein bisschen besser aus bei der Reverb G2, aber irgendwie hat man noch ein besseres, ja, erstmal Edge-to-Edge Clarity und so das Gesamtgefühl, das passt einfach richtig gut hier bei der Pico Neo 3 Link. Und das Ganze ist auch performanter als die Reverb G2. Man hat besseres Controller-Tracking als bei der Reverb G2 und man hat auch besseres, ja, besseres Rumble hier bei den Controllern als bei der Reverb G2. Also die Pico Neo 3 Link ist momentan gut dabei, meine Reverb G2 zu ersetzen. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist einfach so und ich berichte euch davon. Genau, also Hardware-technisch hat die Pico Neo 3 Link gegenüber der Meta Quest 2 definitiv Vorteile. Aber Hardware ist halt nicht alles, muss ich euch ganz klar sagen. Software ist unglaublich wichtig und beim Software-Teil gewinnt die Quest 2 aber ohne Probleme. Und was genau heißt das? Erstmal der Store. Ja, da gibt es einfach viel mehr Spiele bei der Quest 2. Das ist zwar hier nicht schlecht, bei der Pico Neo 3 Link gibt es schon mehr als 100 Spiele, auch wirklich gute Spiele, also After the Fall und Synth Riders und Demeo, also wirklich tolle Spiele auch, aber hier hat man halt jetzt momentan noch mehr Spiele. Und es gibt bei der Quest 2 eben auch viele Exklusivspiele, die es hier nicht geben wird. Zum Beispiel Beat Saber gibt es hier und gibt es hier aber nicht. Könnt ihr euch dann bei SteamVR kaufen und dann darüber spielen, aber wenn ihr nur Standalone habt und keinen Gaming-PC, dann gibt es halt nur hier Beat Saber und hier nicht. Und auch in Zukunft wird es tolle Exklusivspiele geben, die es hier bei der Pico nicht gibt. Zum Beispiel GTA. Ah, also definitiv, da ist die Quest 2 im Vorteil. Pico wird aufholen, denn ich muss sagen, für die ersten paar Wochen, dass es den Store gibt, ist der schon richtig toll voll. Und es wird auch immer mehr Developer geben, die ihre Spiele auch auf der Pico Neo 3 Link veröffentlichen werden. Denn bei der Pico Neo 3 Link hat man den Vorteil, als Developer, wenn man das hier drauf entwickelt, dann hat man automatisch auch den chinesischen Markt. Denn das gibt es eben auch auf dem chinesischen Markt, der riesig ist. Und die Quest 2 ist nicht auf dem chinesischen Markt. Deswegen glaube ich, dass in Zukunft alle Spiele auf beiden Headsets erscheinen werden. Aber jetzt, in diesem Moment, hat die Quest 2 einfach Vorteile. Und das Ganze ist auch einfach, ja, wie sagt man das, ja, polierter, polished. Das sieht einfach, das fühlt sich einfach alles ein bisschen besser noch an, als bei der Pico Neo 3 Link. Denn die besten Ingenieure der Welt, die haben schon zwei Jahre lang an der Software gearbeitet. Und deswegen ist alles einfach ziemlich perfekt, wo man hier noch ein paar Bugs hat, so oder zum Beispiel, ne. Hier hat man keine Bugs mehr. Ich verspüre auch zum Beispiel absolut keine Distortions bei der Quest 2. Bei der Pico Neo 3 Link hat man noch so ein bisschen Pupil Swim. Das haben sie inzwischen schon verbessert, seit einem Update von gestern. Aber im direkten AB-Vergleich würde ich schon sagen, das ist einfach hier alles besser. Dann gibt es auch zum Beispiel dieses schöne Finger-Tracking bei der Quest 2. Gibt es hier noch gar nicht. Soll auch noch kommen. Aber jetzt, in diesem Moment, gibt es das halt nur hier. Mir persönlich ist es eigentlich egal. Ich benutze eigentlich dieses Finger-Tracking nicht. Ich benutze halt die Controller. Aber vielleicht gibt es ja einige von euch, die auf dieses Finger-Tracking stehen. Und das gibt es halt nur bei der Quest 2. Dann auch das Wireless-Streaming ist auch hier besser. Hier gibt es Virtual Desktop und Air Link. Das ist einfach momentan noch besser als das Streaming, was es hier gibt. Das hat auch, Wireless-Streaming geht auch sofort, jetzt schon. Das war ja damals bei der Quest noch nicht so. Das gab es ja erst später. Aber jetzt gibt es sofort schon, ab dem ersten Tag, WiFi-Streaming auch hier. Was auch gut funktioniert. Aber im direkten AB-Vergleich hat die Quest 2 jetzt momentan noch Vorteile. Aber man muss auch sagen, Virtual Desktop wird auch im Sommer noch für die Pico Neo 3 Link erscheinen. Und dann, denke ich mal, werden die gleich sein von der Qualität. Aber ich muss euch den Jetzt-Zustand berichten. Und da hat die Quest 2 einfach jetzt noch Vorteile. Also softwaremäßig definitiv gewinnt die Quest 2. Also, wie ist meine Empfehlung? Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass es beide Headsets gibt, dass man jetzt die Wahl hat hier in Deutschland. Auch für Leute, die wirklich keine Meta-Hardware haben wollen, die Facebook nicht unterstützen wollen und die es einfach nicht gut finden, dass es immer noch diesen Facebook-Zwang gibt. Und den gibt es jetzt immer noch. Klar, definitiv holt euch die Pico Neo 3 Link. Ihr habt einen super Displayport-Modus für PC VR Gaming, der jetzt momentan noch Beta ist. Aber sie arbeiten dran, sie perfektionieren es. Und das Bild ist einfach wesentlich besser als beim PC VR-Modus bei der Quest 2. Das ist einfach ein großer Vorteil. Wenn euch Facebook-Login-Zwang nicht stört und ihr wollt einfach das Headset, was von der Software besser ist, was mehr Spiele hat, was Exklusivspiele hat, die es hier nicht geben wird, ganz klar, dann wählt ihr die Quest 2. Kostet auch nur 300 Euro von Amazon Frankreich. Das ist ein super Preis, unglaublich toll. Auch wenn es eben subventioniert wird mit euren Daten von Facebook. Aber ja, wenn es euch nicht stört, ist es halt kein Problem. Und 300 Euro ist ein super Preis. Ihr müsst auch nur ein bisschen was investieren, nämlich in vielleicht ein Link-Kabel oder eben auf jeden Fall noch für 60 Euro so ein Bobo VR-M2. Das ist meine Empfehlung. Da habt ihr ein tolles Headstrap, habt ihr auch längere Batterielaufzeit und das passt dann auch. Also das ist definitiv ein tolles Headset. Ehre wem Ehre gebührt. Ihr wisst, ich bin metakritisch, aber es ist ein tolles Headset und softwaremäßig ist es wirklich ganz weit vorne. Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass es beide Headsets gibt. Beide haben ihre Vor- und Nachteile und ihr müsst einfach wissen, was für euch wichtig ist. Ich bin momentan ein großer Fan der Pico Neo 3 Link. Wie gesagt, ich hoffe noch, dass die einige Bugs noch ausmerzen, aber sie arbeiten hart dran. Wenn sie das schaffen, ist es ein tolles Headset, was ich wirklich komplett empfehlen kann, gerade wenn für euch PC VR wichtig ist. Wenn ihr sowas mögt wie Microsoft Flight Simulator oder andere Simulatoren, da hat die Pico Neo 3 Link absolut Vorteile. Gegenüber der Quest 2, das Bild ist einfach besser und die ist einfach performanter über diesen direkten PC VR-Modus, über Displayport. Aber die Quest 2, wie gesagt, auch ein tolles Headset. Wenn es euch nur um bestimmte Spiele gibt, die es hier nicht gibt, wenn euch der Facebook-Zwang nicht stört, das ist ein super Headset und sogar noch ein bisschen günstiger. Wenn ihr nur die 128 GB Version haben wollt, wenn ihr die 256 GB Version haben wollt, ja, dann ist sogar die Pico Neo 3 Link etwas günstiger, denn es gibt eben schon Elite Strap dabei und das Displayport-Kabel ist eben auch schon dabei. Ja, einfach toll, dass wir jetzt Konkurrenz haben zur Quest 2. Beides tolle Headsets. Gibt Vor- und Nachteile. Ihr entscheidet, ja, welche Vorteile für euch wichtiger sind oder welche Nachteile für euch ein No-Go sind. Und ja, dann entscheidet ihr, was für euch am besten ist. Und ich denke mal, ich habe euch mit diesem Video die Vor- und Nachteile ganz gut erklärt. Wenn ihr euch für eines der beiden Headsets entscheidet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den MRTV-Effiliate-Link benutzt. Link zu beiden Headsets unten in der Beschreibung. Für euch kein Pfennig teurer, aber ihr unterstützt diesen Kanal, damit ihr Videos wie diese bekommt, absolut unabhängig. Und ja, Vor- und Nachteile von allen Headsets, hier erfahrt ihr sie bei MRTV. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch mal unten in den Kommentarbereich, was denkt ihr über die beiden Headsets? Zu welchem Headset tendiert ihr? Schreibt es auf jeden Fall in den Kommentarbereich. Das wird so spannend zu lesen, was ihr über diese beiden Headsets denkt. Und dass es ja jetzt einen Konkurrenten gibt für die Quest 2, nämlich die Pico Neo 3 Link. Wenn ihr diesen Kanal tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das jetzt und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Und jetzt freue ich mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao. Wir persönlich. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.